Dieser Smart ist hier zum Verkauf angeboten. Der silberne Kleinwagen ist dreitürig und bietet Platz für zwei Personen. Der Kilometerstand des Fahrzeugs liegt bei weniger als 7000 Kilometern. Die Erstanmeldung war Anfang 2014. Der Kleinwagen verfügt über zahlreiche Ausstattungsdetails wie Panoramadach, elektrische Fensterheber, Start-Top-Automatik, Tagfahrlicht, ABS und vieles mehr. Das Automatikgetrieben des Benziners überträgt eine Leistung von 71 PS. Der angegebene Verbrauch liegt bei 4,3 Litern pro 100 Kilometer. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gerne Ihre Fragen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017